Die Tiere und die Schöpfung Gottes Es war einmal ein Hase, der lebte in einem schönen kleinen Wald. Am Rande dieses Waldes lag eine Wiese. Darauf hoppelte der Hase jeden Tag und begegnete dort anderen Tieren. Einer seiner Freunde war ein großer, gefleckter Kater. Mit diesem Kater traf er sich fast jeden Tag. An einem Morgen beobachtete der Hase ein Eichhörnchen. Er bewunderte, wie es von Ast zu Ast sprang, an den Baumstämmen hoch und runter lief und so flink und geschickt war. Da begann der Hase sich zu fragen, warum er das nicht auch konnte. Und er dachte, dass sicher irgendwas nicht stimmte. Darüber sprach er an diesem Tag mit dem Kater, als er ihn am Nachmittag desselben Tages auf der Wiese traf. Der Kater hörte sich das Problem genau an, legte den Kopf schief und sagte, Mit dir ist alles in Ordnung. Die Sache ist nur, dass er ein Eichhörnchen ist und du ein Hase. Und Eichhörnchen können so etwas und Hasen nicht. Dafür kannst du Dinge, die das Eichhörnchen nicht kann, wie zum Beispiel hoppeln, Haken schlagen, den Feind damit verwirren und so etwas. Da war der Hase beruhigt. Am Abend saß der Kater bei seinem Frauchen auf dem Schoß und das Frauchen las ihm wie jeden Abend in der Bibel vor. Da las sie zum Beispiel aus der Schöpfungsgeschichte und erzählte dem Kater, dass Gott alle Tiere geschaffen hat und dass Gott gesagt hatte, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war. Da wusste der Kater, dass Gott keine Fehler machte und dass es so seine Richtigkeit hatte, dass Eichhörnchen klettern und Hasen hoppeln und dass er dem Hasen alles richtig gesagt hatte. Zwei Tage später beobachtete eine Wühlmaus, die ebenfalls dort lebte, eine Amsel. Sie hörte, wie wunderschön die Amsel sang und begann sich zu fragen, warum denn nur sie nicht auch singen konnte. Auf der Wiese traf die Wühlmaus den Hasen und erzählte ihm ihre Gedanken. Daraufhin schickte der Hase sie zu dem Kater. Der Kater hörte sich das Problem an und erklärte der Wühlmaus, das ist schon alles richtig so. Du kannst dich einfach an dem Gesang der Amsel erfreuen und ihr zuhören. Du musst nicht selbst singen können. Wir haben doch unsere Talente und einer kann sich an den Talenten der anderen erfreuen und sie genießen und dabei ganz ohne Neid wissen, dass er selbst eigene Gaben von Gott erhalten hat, die wiederum andere genießen können. Mit dieser Antwort war die Wühlmaus zufrieden und hörte einfach der Amsel zu und genoss ihren Gesang. Der Kater aber dachte daran, wie er an einem kalten Winterabend unter einer warmen Wolldecke auf dem Schoß seines Frauchens gelegen und sich angehört hatte, wie sein Frauchen ihm erklärte, dass Gott jedem Wesen ganz eigene Gaben und Talente zugedacht hatte. Niemand solle auf den anderen neidisch sein. Jeder solle seine Gaben einbringen und sich an den Gaben der anderen erfreuen. So ergänzen sich alle miteinander und es entsteht eine Gemeinschaft. Eines Tages entdeckte ein Fuchs im Wald einen Bach, dessen Wasser so klar war, dass er bis auf den Grund sehen konnte. Plötzlich entdeckte der Fuchs im Wasser einen anderen Fuchs. Da staunte er aber. Wie kam denn ein Fuchs in den Bach? Und was für ein schöner Fuchs auch noch. So wunderschöne schwarze Augen und so eine niedliche Schnute und so schönes seidiges Fell. Bewundernd betrachtete der Fuchs dieses wunderschöne Tier dort im Wasser. Es sah einfach nur zu ihm auf und bewegte die Ohren, legte das Köpfchen schief und rührte sich sonst wenig. Bestimmt bin ich nicht halb so schön wie dieser Fuchs, dachte er. Deswegen redet er auch nicht mit mir, sondern sieht mich einfach nur an. Bestimmt denkt er, dass er viel schöner ist als ich und will deshalb mit mir nichts zu tun haben. Traurig lief er durch den Wald zu seinem Bau. Als er am nächsten Tag den Kater traf, sah dieser sofort, dass der Fuchs die Ohren hängen ließ und erkundigte sich, was denn los sei. Ach, antwortete der Fuchs, ich habe gestern im Wald einen Bach gefunden und in diesem Bach lebt ein Fuchs. Er hat so wunderschönes seidiges Fell, so klare Knopfaugen und eine so niedliche Schnute, aber er redet nicht mit mir, bestimmt, weil ich nicht so hübsch bin wie er. Der Kater legte den Kopf schief und dachte einen Moment nach. Da fing er plötzlich an zu lachen. Er lachte und lachte und konnte sich gar nicht wieder beruhigen. Er drehte sich herum, streckte die Pfoten in den blauen Himmel und lachte und lachte. Der Fuchs betrachtete ihn und wurde ein wenig zornig. Es kamen sogar der Hase und die Wühlmaus hinzu und fragten sich, was es denn hier nur so derartig zu lachen gab. Endlich drehte sich der Kater wieder um, sah den Fuchs an und sagte, das, was du da an Bach gesehen hast, das bist du selbst. Du hast dieses seidige Fell, diese klaren Knopfaugen und die niedliche Schnute. Was du da gesehen hast, ist dein Spiegelbild. Was? wunderte sich der Fuchs. Ich bin das? Der Kater nickte. Ja, du und die anderen genauso. Ihr wart so fixiert auf die Fähigkeiten und das Aussehen der anderen, dass ihr dabei eure eigenen Fähigkeiten und euer Aussehen völlig ignoriert habt und gar keinen Blick dafür hattet. Aber ihr alle seid Geschöpfe Gottes und das solltet ihr glauben und euch darüber freuen, anstatt euch ständig mit anderen zu vergleichen und dabei zu übersehen, was Gott euch gegeben hat. Jeder von euch ist eine Idee Gottes. Jeder von euch ist genau so, wie Gott ihn haben wollte. Der Hase wunderte sich und fragte, woher weißt du das alles? Der Kater antwortete, jeden Abend liege ich mit meinem Frauchen auf dem Sofa und sie liest mir aus einem großen Buch vor und in diesem Buch steht sowas drin. Der Fuchs staunte und da steht, dass Gott mich geschaffen hat und dass er mich so wollte, wie ich jetzt bin? Der Kater nickte. Ja, genau. Gott liebt dich so, wie du bist, denn so wollte er dich haben und das gilt für jeden Einzelnen von euch. Darüber dachte der Hase ein paar Tage nach und entschloss sich, mit sich zufrieden zu sein. Er hoppelte über die Wiese und durch den Wald und dachte bewusst daran, dass Gott wollte, dass er hoppeln konnte und er hoppelte ganz anders als vorher und dachte dabei, dass Gott sich jetzt bestimmt freute, wenn er ihn so hoppeln sah, denn es war seine Idee. Auch die anderen Tiere freuten sich an dem, was Gott ihnen zugedacht hatte und hatten Spaß daran, die Gaben, die die anderen hatten, zu genießen. Denn nun wussten sie, dass mit ihnen nichts falsch war und dass die anderen Tiere auch ihre Gaben genossen.